Herzlich Willkommen bei S21.TV. Wir sehen hier die Betonage der Deckeplatte BA19. Stadtauswärtsbereich Also, damit ist die Deckeplatte auch auf dieser Seite fertiggestellt und hier in der Mitte zu sehen, der zukünftige Ausgang, der Südausgang, ist dann das letzte Stück, das noch bedienert werden muss. Und ich schätze mal, das dauert nicht mehr lange. Sieht so aus, als wäre das hier die letzte Schicht, die noch reinkommt. Also, wenn mal alles so aussieht wie hier. Schätze ich, ist die Armierung abgeschlossen. Sollte Heute Morgen waren hier zwei Pumpen, die zweite stand hier auf dem Feld. Die hat schon Feierabend bekommen, also ich schätze eine Stunde noch, dann ist alles erledigt. Die Aufzüge der Stadtbahnhallestelle Stadtgalerie bekommen ihre Glasscheiben. Die Stadtbahnhallestelle Stadtbahnhof-Geräusche Die Stadtbahnhof-Geräusche Und oben die Dachkante hat eine Reling bekommen. Die Stadtbahnhof-Geräusche Die Stadtbahnhof-Geräusche der Stadtbahnhof-Geräusche Fokus Yousch Soziales Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie gestern schon angesprochen, hier die neue Rampe, um aufs Baufeld zu kommen und dann die Seiten zu verfüllen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Fast hätte ich's vergessen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Noch ein Blick in den Neckarkanal-Zulauf Da wird offensichtlich auch betoniert. Da wird auf den Neckar-Zulauf WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Und bis zum nächsten Mal, ciao! 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 Ciao!